Hallo, ich hoffe dir geht's gut. Heute machen wir eine easy peasy Frühstücksidee. Heute machen wir ein belegtes Brot und wenn man sehen will, wie das geht, ich weiß, ich muss lachen, es ist so ein richtig einfaches Rezept, aber es ist halt sehr geil. Wenn es mal sehen will, wie das geht, dann bleibt auf jeden Fall einfach dran. Wir brauchen auf jeden Fall für das Rezept im Endeffekt nur vier Zutaten und ein paar Basics. Ich kann euch empfehlen, nehmt euch eine Scheibenbrot und zwar schaut ihr das mal an hier. Das ist so eine Scheibe Körnerbrot, Haferbrot, mit ganz vielen Körnern und Saaten drin. Warum empfehle ich dir das? Weil das einfach lange satt macht. Hafer hat einen ziemlich niedrigen chemischen Index, was wiederum heißt, je niedriger der ist, umso länger macht die das satt und schützt sich vor Heißhunger. So und das ist schon mal ein ziemlich gutes Brot hier. Eine Scheibe hat allerdings auch 192 Kilokalorien, das ist halt schon ein Brett, aber es sollte sich ja satt machen. Dann brauchst du ein Avocado und eigentlich mag ich Avocado nicht. Ist schon mal doof, wenn ich das selber im Videofilne. Aber ich mag sie nur dann, wenn die warm gemacht wurde, also gegrillt oder über Feuer gehalten. Und wenn du vielleicht sonntagsmorgen Aufwand machen möchtest, dann machst du das wie ich. Du nimmst den Avocado, schneidest die auf und hältst die, äh, Feuer, beziehungsweise hast du wahrscheinlich nicht, und tust die angeschnittene Fläche in der Pfanne. Na, die ist relativ grenzwertig und weil die schon ein paar Tage bei mir liegt, seit Freitag, also fast eine Woche. Und du siehst hier halt, was grenzwertig ist, ne, hier oben das. Die ist ja auf jeden Fall schon schön butterzart, das ist der Vorteil dabei. Und was mach ich jetzt? Ich hab ja hier, ähm, Gas. Ich heize mit Gas. Und ich werde diese Scheibe jetzt hier aufspießen. Und so über die Gasflamme halten. Du würdest diese Fläche hier einfach über, ähm, in die Pfanne geben und dann würdest du die anrösten. So bekommst du auf jeden Fall auch ein schönes, ja, fleischiges Aroma. Die Avocado kannst du jetzt ganz einfach die Hand nehmen, die ist schön warm, schön weich, die war vorher auch schon weich. Dann nimmst du den Löffelgel am Rand lang und gibst sie hier raus und dann zerdrückst du die. Ich mach das jetzt so, am besten nimmst du dann nachher die Gabelführer, aber dann musst du es beide drücklich machen. Das macht keinen Sinn und, ähm, ich drück das jetzt hier zu Mousse. So, und das ist schon mal schön. Und jetzt, ähm, leicht salzen und leicht pfeffern. Alles einmal durchmischen. Jetzt kommt das zur Seite. Jetzt nehme ich mir hier getrocknete Tomaten. Ich nehme hier zwei, drei Stück. Und die lege ich übereinander, weil ich faul bin und schneide die jetzt etwas in Scheiben runter. Und dann nimmst du dir ein Ei. Wunder dich nicht, das ist hier ein bisschen dreckiger. Das war mein Hühner. Und dann schneidest du das hier in Scheiben runter. Und dann können wir das auch schon zusammenbauen. Du könntest natürlich auch ein Spiegelei draufgeben, das wird auch gehen. Aber, ähm, das mach ich jetzt nicht, weil ich hab das noch übrigiges Ei hier. Ich würde es auch gerne aufbrauchen. Und du siehst hier, ich gebe das jetzt nicht, oder verstreiche das jetzt hier nicht. Ich gebe einen, ein ganzer Avocado drauf und dann nehme ich mir jetzt hier die Streifen. Und ich lege die da einfach drauf. Und dann kommt das Ei. Da oben drauf. Und dann noch ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und dann könntest du theoretisch noch, wie du es sofort isst, mit so einem, entweder immer ein richtig geiles Olivenöl nehmen. Und drüber träufle ganz leicht. Oder nimmst dir halt auch, dass du ein bisschen perverser isst, so ein bisschen Raisin-Ketchup oder sowas. Dass du so eine leichte Süße noch hast. Und dieses Umami-Flavor. Oder irgendwie so eine Siracha-Soße oder sowas da oben drauf. Da hast du noch ein bisschen schärfer. Das wäre auch geil. Also eine Stoblauch-Mayonnaise. Das wäre auch richtig geil. Das kannst du dir aber aussuchen. So, und das war ein sehr einfaches, quick and easy Rezept. Und wenn du es mal nachgemacht hast, schreib in den Kommentar. Schreib mir mal deine Lieblings-Frühstücksideen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.